So, dann wollen wir mal schauen. Das kommt ab. Ich habe nämlich ein neues Bild fertig. Und das kann ich auch schon mal ziehen. So, ich glaube, das hängt gerade, oder? Also gerade hängt es und ich habe auch ein bisschen mehr Licht gemacht. Und jetzt nehme ich euch mal ein bisschen näher mit ran, für ein paar Details, die sich dann so erhaschen lassen. Man kann so schon sehen, dass so Teile von dem Bild komplette Landschaften bilden. Und man kann auch schon sehen, wenn man so einen Schritt zurücktritt, dass diese kleinen Fraktale, oder kleine Bildchen, wie ihr die nennen mögt, ich sage Faktale dazu, dann neue Strukturen bilden und etwas ganz Neues zusammenfügen, was vorher, wenn man nah dran ist, nicht zusammengefügt war. Und es macht wirklich eine unglaubliche Freude, auf Entdeckungsreise zu gehen und diese einzelnen Teile und diese kleinen Miniaturwelten, die da drin sind, für sich zu entdecken. Und es entdeckt auch jeder tatsächlich was Eigenes. Aber darüber können wir uns unterhalten, wenn ihr Lust habt, das Bild im Original zu sehen, dann kommt ihr einfach in die Galerie Weigeldesign nach Bohofe und schaut es euch an. Also ich hole mir jetzt erstmal ein warmes Getränk und lasse die Augen wandern. Und vielleicht bis bald.